Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hatte die Möglichkeit, Apples neues Notruf-SOS über Satellit kurz vor seinem offiziellen Start in Deutschland auszuprobieren. Das hatte den großen Vorteil, einen in Anführungszeichen richtigen Notruf abzusetzen, ohne dabei aber einen Rettungseinsatz auszulösen. Zumindest versprach man mir, dass keine Bergwacht losgeschickt wurde. Voraussetzung ist eins der neuen iPhone 14 Modelle. Außerdem muss man sich in den USA, Kanada, Frankreich, Irland, UK oder Deutschland befinden. In welchem Land man aber sein iPhone gekauft hat, das ist dabei egal. Notruf-SOS über Satelliten gibt es für alle in allen bislang unterstützten Ländern. Die einzige Ausnahme sind iPhone 14, die im Festland China, Hongkong und Macau erworben wurden. Und man darf natürlich keinen Mobilfunk und kein Wi-Fi-Netz haben. Würde das Telefon aber während eines Notfallkontakts wieder Netz finden, wechselt das iPhone zurück. Unterbricht aber in keinem Fall eine laufende Notrufmeldung. Ein solcher Notruf, der startet bei uns mit dem Anruf der 112. Alternativ hält man die Seitentaste und eine der Lautstärketasten gedrückt. Wenn ein Autounfall oder ein Sturz erkannt wurde, gelangt man genauso in dieses Interface. Liegt dann keine Wi-Fi und keine Mobilfunkverbindung vor, wird die Notruf-SMS über einen Satelliten angeboten. Es ist also kein separates Feature. Man muss nichts aktivieren und es gibt nichts zu installieren. Es ist eine integrierte Funktion mit einer bereits vertrauten Bedienung, bei der man sich in vielleicht stressigen Situationen nicht neu orientieren muss. Wenn man sich selbst oder einem älteren Familienmitglied diesen Prozess trotzdem vorab zeigen möchte, gibt es einen Demo-Modus. Auch hier löst man keinen Notruf aus, verbindet sich aber mit einem richtigen Satelliten. Das ist kein Fake. Und das hat den Vorteil, den Empfang einmal zu testen. Beispielsweise an der eigenen Berghütte. An Orten, die man kennt, aber nicht unbedingt weiß, wo man im Ernstfall am schnellsten so eine Notfall-SMS rausschickt. Unter freiem Himmel, da klappt es am besten? Das ist keine Überraschung. Allerdings kann die Verbindung auch dann zustande kommen, wenn das iPhone nicht auf den markierten Bereich zeigt oder keine uneingeschränkte Sichtverbindung hat. Ein Notfallfragebogen, der hebt Eckdaten aus vorgegebenen Antworten. Das ist nicht nur schneller abgefragt, sondern erfordert von der betroffenen Person auch weniger Nachdenken. Alle Antworten auf diese Notfallfragen, euer Notfallpass sowie eure Position inklusive der Höhe, die komprimiert das iPhone dreimal kleiner als so eine übliche Textnachricht. Und was verschickt wird, wird euch explizit aufgelistet. Eine exakte Kopie von diesem Gespräch geht ebenfalls an euren eingetragenen Notfallkontakt, den ihr neben eurem Notfallpass ohnehin angelegt haben solltet. Diese Person, die klingt sich natürlich nicht in den Notruf-Chat ein. Aber sie hat eventuell zusätzliche Informationen für die Polizei oder für die Rettungsstelle. Und eventuell ist sie sogar in der Nähe und ist anhand der Standortinfos schneller vor Ort. Und das führt uns zum zweiten Feature, mit dem Apples Satellitenfunktion startet. Das Senden der aktuellen Position über die Wo ist ab. Eine Standortübermittlung ohne Notsituation. Alle 15 Minuten lässt sich eine solche Positionsübermittlung an eure Kontakte veranlassen. Andere Begrenzungen, die gibt's dafür nicht. Es ist eine einseitige Kommunikation, die nur die Position übermittelt. Trotzdem kann das für Freunde oder die Familie ja durchaus beruhigend sein. Und ab hier wette ich auf eine zukünftige Trennung zwischen bezahlten und unbezahlten Funktionen. Derzeit verspricht Apple lediglich eine zweijährige Gratis-Nutzung ab dem Zeitpunkt der iPhone 14 Aktivierung. Wenn sie den Service aber ausbauen sollten, beispielsweise mit einem naheliegenden Zwei-Wege-Chat-Feature zu einer beliebigen Person, dann könnte ich mir das als eine extra zu bezahlende Funktion vorstellen. Beispielsweise im iCloud-Abo. Ich gehe aber fest davon aus, dass die Notruf-SMS immer gratis bleiben wird. Wir werden es sehen, so wie auch Apple gespannt verfolgen wird, wie sich die Nutzung in den nächsten zwei Jahren entwickelt. Soweit die Eckdaten. Im Artikel stecken alle weiteren Details.